Mein Lebensmotto, das ist eine gute Frage. Einfach jeden Tag genießen. Das ist ziemlich das Wichtigste, dass man jeden Tag so lebt, wie es einem gefällt, wie es für einen optimal ist, und dann kann niemand einem etwas vorwerfen. Der mit Abstand größte Moment war, als wir Borussia Mönchengladbach in der Relegation gegen Bochum gespielt haben und dort kurz vor Schluss den Führungstreffer gemacht haben, der uns dann eine super Ausgangssituation für das Rückspiel beschert hat und wir es dann noch gepackt haben. Das war vor einem Jahr circa. Da hatte ich einen sehr bewegenden Moment, als unser Hund verstorben ist. Und ja, das ist schon hart, wenn er kleine 14 Jahre bei einem ist. Im privaten Leben, ach, da bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Da gibt es jetzt nichts, was ich mir so explizit wünsche. Da gucke ich auch noch gar nicht so weit in die Zukunft. Ich bin jetzt 26 Jahre, werde jetzt 27. Natürlich stehen dann ein paar Entscheidungen im Leben an, aber da habe ich noch ein bisschen Zeit. Was ist das, was du mit meinen Jungs unterwegs bist? Och, da gibt es viele Dinge. Am meisten, wenn ich mit meinen Jungs unterwegs bin, ein bisschen Party mache. Ja, das sind schon so die Dinge, gerade aber auch im Fußball, wenn du natürlich gewinnst. Das ist natürlich die Freude ganz, ganz groß und vor allem, wenn man sich vor den Fans feiern lassen kann, mit denen zusammen den Sieg bejubeln. Das sind so die Dinge, die besonders viel Spaß machen. Ja, ich glaube das Handy. Das ist Handy, iPad. Das sind so mittlerweile die wichtigsten Dinge, die, glaube ich, die Menschheit in den letzten Jahren so bei sich trägt. Und das ist bei mir nicht anders. Ich muss sagen, ich wollte immer in die USA nach New York. Da war ich jetzt schon zweimal. Los Angeles war auch so ein Ziel mit Las Vegas zusammen. Das habe ich auch mehr erfüllt letztes Jahr. Und das waren so die Hauptziele. Die habe ich jetzt schon bereist. Und jetzt mal gucken, was noch so ansteht. Das ist schwierig zu sagen. Aber ich denke, dass ich irgendwo im Immobilienbereich tätig sein werde. Wie und welcher Funktion, weiß ich noch nicht. Es ist natürlich auch immer eine Variante, im Fußball zu bleiben. Aber auch da könnte ich mir viele Sachen vorstellen. Also ich habe mich da noch nicht festgelegt. Ich möchte mich jetzt auch nicht festlegen. Gesund zu bleiben. Also ich glaube, das ist das wichtigste Lebensziel von fast jedem. Es ist gesund zu bleiben, dass die Familie gesund bleibt. Und ich glaube, der Rest kommt dann immer von alleine. Leiter 1 1 1 1 1 2 1 2 Vielen Dank.